Die Philadelphia Eagles aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben den Einzug in das Playoff-Halbfinale verpasst. Der Titelverteidiger scheiterte im Viertelfinale an den New Orleans Suns mit 14.20 Uhr, 14.10 Uhr, Eagles Quarterback Nick Foles konnte sein Team mit zwei Touchdowns Passlauf im ersten Viertel zwar mit 14 zu 0 in Führung bringen, im Anschluss punkteten allerdings nur noch die Gastgeber. New Orleans Quarterback Drew Brees überzeugte mit 301 Passjacks zwei Touchdowns und einer Interception im NFC-Divisionalspiel. Für die Entscheidung zugunsten der Saints sorgte Defensivspieler Marshawn Lettymore, der knapp zwei Minuten vor dem Ende der Partie seine zweite Interception verbuchen konnte. Super Bowl-Held Foles beendete die Partie mit 201 Passjacks, einem Touchdown und zwei Interceptions. Im Finale der NFC empfangen die an Nummer 1 gesetzten Saints am kommenden Sonntag die Los Angeles Rams. Der Titelverteidiger. Der Titelverteidiger. Der Titelverteidiger.